so wer so sagt hat noch gar nichts begonnen ich habe hier schon mehr gemacht als in meinem leben hier das ist dein leben ziemlich traurig drei diamanten was machst du denn damit naja die ich mach die hügel weg ja aber dann machst du mit einer schaufel weg ja nee geht nicht du willst nur nicht mach jetzt diamanten musste kohle fressen bisschen länger drin lassen und dann irgendwann wieder diamanten daraus ja ja klar unter druck entstehen der diamant hier ja wirklich ist damit druck kennst du dich eigentlich am besten richtig ist es deine diamantmaschine sein bin reich an diamanten ja das glaube ich ja ja mann und nack jetzt ein paar spitzhacken von gemacht jetzt sind wir wieder bei minecraft apropos minecraft ja was hast du das elend gesehen also meinen augen elend dass die den trailer den film ja 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 habe ich gesehen was saß denn ja natürlich ja es ist witzig für kinder wahrscheinlich was auch wahrscheinlich ist das scheiß nicht animiert ist ja ja aber die hauptfiguren was macht dann jason ja aussieht als wäre tor oder explorer jack black ist tief ja ja warum genau wenn das animiert gewesen wäre geil hätte ich mir gegönnt aber so ne wirklich nicht also da war ich ein bisschen enttäuscht muss man ja sagen ja es gab schon mal ein film der irgendwie oder land verfilmt wurde und irgendwie als als comic dann kam wo ich auch dachte ne das wird nix und dann war da ziemlich geil ja ich dachte ja ja ich dachte den meinste obwohl die spielreihe ja geil ist aber ja in den filmen hätten sie sich klemmen können ja also da hilft auch kein kevin hart hat er in dem film sowieso nichts zu suchen der spielt andauernd sich selbst irgendwie ist nicht witzig keine ahnung wieso der da drin ist ja weiß ich auch da passt eigentlich auch gar nicht zu der rolle und weißt du weißt du weißt du wem hier wer die synchronstimme von klebtrap ist nee im original ist es jack black in der deutschen synchro ist es kristall du weißt diese dicke und witzige schritte ich weiß wer kristall ist ja total schlimm also ich habe ihn noch nicht gesehen im film aber was die alle sagen die leute das soll total schlimm sein warum der ich weiß es nicht ich finde es sowieso ein bisschen komisch wieso nicht synchron sprecher ihre synchronarbeit machen können und comedians bleiben bitte comedians ja nur weil da halt ein name jetzt dabei steht oder sowas weil er halt ein bekannterer comedian ist oder sowas aber von schauspielerei oder 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 synchron haben wir halt keine ahnung ja richtig also dann 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 will ich aber dass hier im im wenn jetzt minecraft rauskommt dass die deutsche synchronstimme von jason memora ja genau ich glaube das war sogar noch witziger weißt du aber nee warum wir haben ja weißen job tamiro ja wirklich also würde ich jetzt mich ja bei der bildung und den ganzen kram wie und weil sie so einfach uns gehören eigentlich können uns schon so viele unternehmen pwe zum beispiel letztens hat er mich wieder angerufen ja ganz großes kino ja was solltet ihr denn ja es ging wegen gunda und so ach so ja was da nur los war mit wenn die orden und alles so naja war selbst ein bisschen überrascht ach jetzt ja da liegen so ein bisschen am wwe so ein bisschen hochgehypt na ja natürlich die crowd war ja wirklich also ich glaube das wird wenn die ordnung noch nie so gesehen ich glaube auch nicht das ist das ist sondern la o level tobt auf einmal ja ja genau das wie ist das schön so was aber lange nicht gesehen ah das war schon das war schon cool da hast du mal wirklich gesehen bei den beiden die mussten wirklich so nach und verkneifen dass sie im script bleiben ja ja das war das ist aber herrlich aber dann kannst du auch sehen dass halt deutschland bock hat auf solche shows ne ja 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 da wird sich das wohl merken das wird nicht das einzige gewesen sein da wird noch einiges mehr kommen ja ich glaube irgendwann sind wir mal so weit dass was die männer in deutschland ist aber dann ist eskalation absolut dann ist abriss ach mensch die auch schon wieder voll ja ich gehe sowieso mal in die stadt kann ich ja noch mal dahin als ich bleibe da wirst du schon okay ich sehe die zahlen die darunter rattern nachlegen der ist auch leer leer der ist auch leer aber wir haben zumindest wieder ein paar diamantos ist richtig aber gleich nicht mehr stimmt die wohl wieder aus gibt ich weiß auch nicht so genau ganz merkwürdig muss so ein bisschen terraforming betreiben glaube ich naja ja 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 was kannst du denn mal hier an das war holen ja aber pflanzt man den mann bitte auch wenn man kein sprit mehr hat auch aber kein sprit mehr hat ja ah ja So, Land ist platt. Hast du es fassungslos gemacht. Hab ich. So, dann kommt er mit. Los Zigos. Los Zigos. Ach so, man kann nur 100 einreihen, alles klar. Ja, ja, ja. Weizen. Müssen wir auch noch ein bisschen leveln. Ja. Die Reihe scherzt du noch. Toll. Ach. So. Nee, da bin ich nicht mehr. Na gut. Oh, kann man nicht jetzt eine neue Frucht machen? Nee, noch nicht. Ich dachte. Irgendwas konnten wir im Winter... Ja, ja. Den hab ich auch grad in der Hand. Ach so, ja, gut. Ich mach einfach. Mach doch mal einfach. Ja, kein Sprick leckt mich doch am Arsch. Nein. Och. Nee, nee. Das ist ja auch ein bisschen ekelig. Ja, das soll es ja auch. Ja, okay. Ah, Zitronen. Ist ja... Ja. Hm. Aber ja. Nun. Wir hätten vielleicht dringend doch gleich das machen sollen, die Bäume. Ja, die Bäume kosten ja nicht so viel. Die kann man ja zumindest, die kann man ja auch noch machen. Ja, also gerade was Zitrone angeht. Leicht oder generell so ein bisschen, weil ja die ganzen Kochdürfe und alle so, es gibt ja im Grunde dann auch diese Medaillen. Ja. Ja. Da vielleicht mal ein bisschen guckt. Schwarz-Epfel und Birnen. Birnen. Sind das die ersten Ziegen, die wir haben? Eigentlich ja, ne? Ja. Den ersten Zecken, äh, Ziegen. Also, ich hab jetzt also mal den weißen Kürbis angebaut. Ja. Hervorragend, Idee. Habten auch begossen. Und jetzt dauert es tatsächlich nur eine Stunde für zehn. Damit Setting kommst du da echt auf einen Tag. Ja, okay. no good to know weiß ich es nicht so bescheid mache ich meine reihe bei den wo ich könnte jetzt eigentlich noch eine reihe machen aber geld wird ja auch klappner mentieren nur kurz mal so neuner gucken nur mal 21 stunden meint sich soll zwischen den feldern der tiere platz lassen für die straße oder willst du die auch zauern an zauern machen und wie bei den anderen tieren angliedern so dass eine straße nur quer hoch fährt ja das ist was dafür ja du kannst ja in dem zaun vor ein machen ja genau genau okay also was was wolltest du ich habe ich glaube ich unterbrochen gerade ich habe diesmal so neuner fällt auf dieses von diesen weißen kürbis da auf sprengler gemacht ein tag hat zwei okay okay also ja okay dann ist es verständlich dann geht es auch eigentlich voll klar ich bin da wirklich sicher ja das gute idee ist ist es war es ab wir werden es alle wir werden es brauchen ja ja ach so du musst es aber so wie sie kommen oder wie machst du weißt du na ja du hast jetzt liegen und daneben hast du gemacht ja das sind die die halt nicht mehr in diese reingepasst haben das wird jetzt alles ein bisschen also machst du querbeet nee ich wollte das schon ordnen aber ich muss gucken wie ich das am besten ordne weil ich würde jetzt stimmt die schweine ich würde da weiter mit hühner machen erstmal darüber wo kommen jetzt die hühner hin neben den links und links dem die hühner ja und die ziegen kommen dann die werde ich wahrscheinlich ein bisschen davor noch setzen also bisher weiter weg von den hühnern ja ja weil die habe ich jetzt erstmal eingesetzt weil das fällt hier erst mal das größte war ja ja okay wir können natürlich auch die tiere nicht auf einen haufen machen sondern verstreut dass hier nur hühner sind und da hinten auf der anderen seite sind halt die schweine oder sowas aber das fände ich glaube ich zu umständlich ja ja also schweine sind anderen enden damit die schweine also ja wirklich dass das alles so ein riesiger massentierhaltung ist finde ich okay ja das ist okay peter würde da was dagegen haben aber peter findet das lustig ja gut da ist gar nicht lange oder es ist peter von frosta ja nun wo das peter smith oder peter smith der alte snob ja da proben die ganz nüller weg ja so was denn nix abwechseln sich die chicken nuggets vermischen die sich ja eine trennung mehr kannst du dazwischen bauen wo ist denn hier die mitte 1 2 3 4 8 9 10 10 10 12 8 9 10 12 ok 1 2 3 4 5 10 11 12 also muss das sound hier hin gut man hätten es auch einfacher machen können indem man einfach das feld wechselt und dann sieht man obend nun richtig man ja gut sagen nichts dazu so jetzt muss ich glaube ich die ziehen und mal weg machen da kommen noch andere hühner hin aber wir haben noch mehr hühner wir haben ja wir haben noch ein zwei drei sorten hühner hier die noch nicht verbaut sind wir wollen auch klar 1 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 4 6 6 6 6 6 7 7 7 8 1 3 6 7 7 7 7 8 8